Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen in unserem neuen Projekt auf der Schwatzingen. Mit dabei heute der Christoph und der Stefan. Ich hoffe euch hat die letzte Folge Spaß gemacht. Und jetzt legen wir einfach mal los. Dann viel Spaß. Ich muss da wieder was auf dem Kolk rein. Übrigens Kolk habe ich jetzt genug, könnt ihr ruhig einkaufen, könnt ihr mich ruhig leerkaufen. Das werden wir machen, sobald wir es brauchen. So, was brauche ich jetzt? Wenn ihr jetzt Gülle oder so habt, könnt ihr es ruhig bitte bringen. Ich brauche das unbedingt. Ja, das kann nur der Heiko. Ich habe noch nicht so viel. Den Schafhoch, wie gesagt, habe ich erst mal verkauft, weil da bringt er nicht viel. Die Kühe werde ich demnächst mal anmachen. Hier wegen Mischfutter. Da könnte ich den Mischfutter gewogen. So, da bin ich gerade dabei. Gut. Sagst du Bescheid, dann hole ich mir die ersten Kühe. Und dann geht es richtig ab. Da brauche ich gleich mal Silage. Da warte ich auf den Stefan, bis er mir eine Fuhre bringt. Naja, das dauert alles eine Zeit. Sobald ich fertig bin mit Ansehen, kommst du? Ja, ich habe momentan nichts zu machen. Wen kann ich jetzt aushelfen? Du könntest bei mir das machen mit der Silage. Spaß. Oh, was ist das denn? Was ist denn das? Den haben wir verkauft. Perfekt. Stefan verkauft. Das kann man. Was für falsch bist du? Ja. Stefan. Ja. Geldnummer. Ich bin gerade bei Soldat 41. Ach so. Hier Christoph. Kannst du mir eine Bestellung annehmen von mir? Für den Hänger? Ja und zwar. Warte. Das war hier da. Welcher war denn das? Ach hier. Da. 580V. Das ist hier ein Dammelwagen für Stroh und so. Warte. Warte kurz. Katalog. Was sehe du? Rapid. Ja genau. 580V. Jo. Den hätte ich gerne. Du warst ja bereit von. Du warst ja bereit von. Bin ich im Trilleburg. Schon. Breit. Einfach breit. Jo. Hast du wohl einen Traktor, was 150 bin? Ja ja. Den habe ich. Könnten sie dir den liefern? Ja. Das war schön. Jo. Ich mach da eh schon kurz. Zum Pell 4. Ne. Irgendwo am Rand. Irgendwo am Rand. Hinstellen. Dann. Ich mach da eh schon kurz. Kann ich damit gleich loslegen. Außen. Jo. Kriegste sofort. Moment. Wo ist er denn? Geld überweisen. Nein. Schein. Ich trinke jetzt. Fertig. Danke schön. Bitteschön. Ich bräuchte einmal was bitte. Und zwar. Das wäre Dünger und Satt. Dünger und Satt tut leider momentan sehr schlecht auf. Importmäßig. 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 Ja. Da müssen wir noch ein bisschen auf den Preis gehen. Saatgut pro 1000 Liter wären 900 Euro. Okay. Dann bitte einmal 1000 Liter Saatgut. Bitte in einem Telefon. Ja Simon. Ich bin ja neu in der Stadt. Ich habe eine Frage. Jo. Gibt es eigentlich auch einen Händler und so schon? Einen Viehhändler? Ja. Ja, weil Miet, weil wir noch da haben. Aber wie ist das? Okay. Und was ist mit einem Viehhändler? Gibt es den auch schon? Ja. Aber ich bräuchte Kühe eigentlich. Ja, da kenn ich mich nicht aus. So muss ich mit einem Eikon rum. Oha, da muss man dann selber hinfahren, ne? Zum Viehhändler. Dann kannst du die Tiere dich liefern lassen. Oder du kaufst dir hier so einen Viehanhänger und holst die Tiere selber ab. Das geht auch. Ähm, wie viel kostet das Liefer? Ja, Stefan. Was hast du? Geld, äh, Saatgut oder was? Genau. Und noch einmal bitte 1000 Liter Mineraldünger. Ja, wer dann bei 1021 pro 1000 Liter? Alles klar. Passt. Einmal. Ja. 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 Der ist zwingig, gell? Immer gerne. Wo war jetzt? Zwei.. Eiko fern. Spät meg. Oh, dann müssen wir 0 fern. Aperion So, bevor ihr Fragen habt, warum wir nicht auf die Kommentare eingehen können, wir nehmen immer so 3 Stück auf Amo-Lauf. So, jetzt 3 noch Stahlfeld holen, Speedmaker und Stellung. So, jetzt 3 Stück auf Amo-Lauf. So, auf geht's zum Alkohol. So, wir suchen dringend Person. Alles klar, Verkehr hat mich am Ende der Map geschleitert. Danke dafür. Eiko? 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 Ja? Ja. Ah, ich sah wund. Wie bringen wir jetzt den Speedmaker vorbei? Oh, das schön, sehr schön. Welch hast du mal überwiesen, die 90.000? Ja. Was? In der Nähe von hier an Feld 4. Hier irgendwo am Rand, ich bin gleich da. Feld 4? Ja. Ja. Ah, du bist voll spannend. Aber ich mach die große Runde und guck. Ja, ja, alles klar. Immer. Ja, ja. Ich bin nur noch beim Ernten jetzt. Ja, ja. So. Und der Text könnt ihr gerne zu mir abbringen. Auf, ich hab. Etik genug. Ja, schön. So, dann müsst ihr jetzt sein. Wo lang? Hat bald. So. Dann könnt ihr vielleicht mal gucken. So ist der Ossi da. So ist der Ossi da. Ja, ja. Der kräftige Sound von M1050 Oh, das stimmt Quatsch, Feld 5 kannst du abstellen Hier meinte ich, ne? Feld 5 Gut gemacht, Che Gut, so hör ich das gerne Lass mal gucken, wo du bist Ach, da oben bist du noch weit weg Ich war ja 60 STVO, bitte No Limit Brauchen wir noch einen Polizisten hier, ne? Und einen Bürgermeister, liebe Leute Dann jeder eignet ein Radar Das wär schön Du, Feld 4 hast dich Nö, fahr Hier fahr mal Feld 5 Das liegt da gleich nebenan So Kann ich nämlich gleich Unten hier bei der großen Mumu Die da steht Da kannst du einfach hier auch Feld 5 abstellen Und dann ist gut Oh, die Hauptpartan auch recht weg Ah, da seh' ich doch was komm' da hinten So, der Chef, mein Fahrzeug ist da Schön Kannst du hier vorne irgendwo hochstellen Auf dem Bild Achtung Schöner Fendt Nicht schlecht So, tschau Ich danke Ihnen recht herzlich Bis zur nächsten Bestellung, ne? Danke Jo Kannst du, achso Kannst du den Status nochmal wegmachen? Was? Oder, ne, brauchst du nicht Den kannst du lassen Oh, da ist sie noch Weich Da sieht man das weg So, meine lieben Freunde Wenn es euch gefallen hat Natürlich das Like nicht vergessen Schreibt eure Meinung in die Kommentare Und ja Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Tschüss Tschüssi Macht's gut